Alles gelogen. Wieso lügst du? Haben dir deine Eltern nicht beigebracht, nicht zu lügen? Wieso versuchst du überhaupt noch? Komm, wie ist denn hier irgendwas drin? Ja, ein bisschen Kleingeld. Ein bisschen Kleingeld, wissen Sie etwas. Inhessen Sie etwas! Hier war aber der Typ, der am Tisch gesessen hat. Und er sitzt auch wieder hier am Tisch. Ich habe ein Déjà-vu. Ich habe das Gefühl, jede Nacht passiert fast dasselbe. Dann machen wir auch mal dasselbe. Erst das aus. Dann dich aus, dann stehst du auf. Jaja. Weil Kerzen kaputt sind, Mister. Sicher doch. Sicher doch. Habe ich nicht einen Schlüssel an dir gesehen? Doch, Gerrit, habe ich. Ich mache es doch hier hin. Komm, hier ist erstmal was drin. Sonst verliere ich jedliche Hoffnung. Da ist gerade meine Hoffnung gestorben. Kann ich mit dir irgendwas anfangen? Nö. Wo führt das hin? Runterspringen, weißt du es. Naja, hätte ich Scouting-Obs, würde ich das runterschmeißen. Ah, mitten in den Hinsherz. Naja, Scouting-Obs. Gut, ich kann auch einfach hier runterspringen. Wo läuft die Woche gerade, du? Da ist Hammerit. Mr. Hammerit. Mr. Hammerit. Sturz abgeprallt. Und da vorne lag ja eigentlich nur ein Mostpfeil. Na, riecht jetzt außenrum, ne? Ja, tut er. Ja. Musst du wohl. Und was ist das für ein Mostpfeil, der da vorne liegt? Okay, was heißt da vorne, da um die Ecke? Da vorne wäre da vorne, ne? Der Graspfeil da oben. Echt mal, ist so eine Einbildung. Hier läuft kein Meisterdieb umher. Nee, nee. Ach, sogar ein anderer Typ. Der hat auch sein Schwert in die Achsel gerammt. Ist das jetzt hier neuerdings so ein Fetisch? Hier. Nein, nicht Fetisch, anderes Wort. Ein Trend. Ja, es ist jetzt hier neuerdings ein Trend, sich Schwerte in die Achsel zu rammen. Ich habe kein Schwert. Kann ich auch eine Schere dazu nehmen? Jackman soll nicht jedem Trend folgen. Dann müssen die wieder außen rum. Gut, dass die Gebäude hier mehrere Eingänge haben. Immer diese Hammerin, die Leute ihre Gebäude aufschwätzen wollen. Nein, er betet nicht. Das ist ein Verbrechen. Ich bete auch nicht. Wo gehst du hin? Doch, du solltest beten, Schickman. Du solltest beten, dass das hier funktioniert. Ich gehe da mal wieder, ne? Schickman, da vorne ist die Tür. Aber hier vorne ist doch das Tor. Wieso gehe ich nicht durch den Tor? Wieso gehe ich durch den Lebeneingang? Aber hey, es ist niemand... Niemand hat angefangen, hier zu morden. Kommt noch, Chicken, kommt noch. Ich habe was mit Tallness gehört. Wahrscheinlich das Schwert, was auf den Boden gefallen ist. Wahrscheinlich. Ich will das merken, wenn ich hier mit Pfeil und Bogen rumlaufe. Oh, Mister, lass mich bitte vorbei. So, stellen wir uns wieder unserem Nemesis. Der Pappwache. Wir schauen, was für ein Schabernack sie diesmal mit mir treibt. Also die oben im ersten Stock, ne? Was habe ich eigentlich hier so angestellt? Elf Leute niedergeschlagen und 14 nur. Variable. Ab wann ist etwas wertvoll, was ich stehle? Ab wann? Ja, nicht? Schrecklich. Wenn ich jetzt die Tür zumache, wird er darauf aufmerksam. Auf Fakern kann man sich nicht verlassen. Auf alles andere kann man sich auch nicht verlassen. Na gut, den Loot holen wir am besten später, weil ich über die Theke muss. So, noch eins oben, ne? Er. Er ist mein Nemesis. Ah, da vorne ist eigentlich genug Schatten. So, du und ich haben jetzt ein Duell. Okay, ja. Diesmal kein Nemesis. Ich hab mein Nemesis bezwungen. Nemesis. Oder ist er mein Nemesis? Soll ich den runterbringen? Bestimmt ist er jetzt mein Nemesis, weil er sitzt. Und das kann ja nur schief gehen. Definitiv. So, nur ich hab Schlafbombe. Meist es einfach da in sein Gesicht. In deinem Fassbombe. Das war das Teuerschlafbombe, aber hey. Ich hab ja auch schon ein paar Feuerfalle verschwendet. Ja, just like that. Plötzlich fackelt er aus. Du bist nicht mein Nemesis! Wie er da hockt. Lass mich von vorne sehen. Oh. Ey, B. Ich lass ihn da so sitzen. Er sieht stylisch aus. Er kniet sich einfach hin. Er hockt nicht mal. Er kniet, Chicken. Er kniet. Ja, kann passieren. Kann passieren. Wie siehst du schon, wir werden das in der nächsten Session zum Terkeshof mit Artemis sprechen. Sonst nichts Wettvolles hier? Diese Theke macht manchmal... Generell über Sachen drüber zu steigen macht manchmal echt Probleme. Ein Lift einbauen, um über die Theke zu kommen. Ja, das wär's. Das wär's. Komm schon, Garret! Spring aus dem Fenster! Das ist natürlich... Na gut, das ist ein normaler Zivilist. Keine Wache. Warum sollte er sich für irgendwelche merkwürdigen Geräusche interessieren, die hier vonstatten gehen? Jetzt wäre es traurig, wenn ich den Sprung nicht schaffe. Aber doch, hab ich geschafft. Ich bin halt Garret. Du kommst nachher wieder in die Kiste. Nee. Geht ja eh nicht zu. Funktioniert ja eh nicht so. Ach, du hast was in deiner Kiste? Ach, das ist aber lieb. Das ist aber lieb von dir. Weißt du das? Nicht mal da in die Ecke werfen kann ich den. Okay, dann kommst du in die Kiste. In die Kiste, Garret! Okay, auf die Kiste. Leg dich da einfach so gechillt hin und fertig. Ich glaube, der hat eine Wache. Ja. Ich behaupte jetzt einfach mal, unten laufen Leute rum. Ach, aber noch besoffen, hä? Da kommst du auch in die Kiste. Wieso sag ich immer Kiste? Das ist doch eine Truhe. Oh, so ist das eine Räte. Vielen Dank.